Es gab Proteste in den USA von Fernsehzuschauern, weil Katy Perry zu sexy gewesen sein soll. Da fragt man sich natürlich, wie soll das gehen? Katy Perry zu sexy? Naja, es war in der Sesamstraße und sie sprach mit so einem Ding, das aussah wie, na, so ein Ding eben. Mit Haaren. Das weckt natürlich falsche Vorstellungen bei den Kids. Interessant ist aber, dass Katy Perry aus der Sesamstraße ist. Ich dachte lange Zeit, die sei echt. So war seine Art jedenfalls. Morgen geht's weiter.